Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Was grüßt du da? Amen. Warum haben sie ihn umgebracht? Ich weiß es nicht. Fakt ist, dass die meisten Menschen Geheimnisse haben. Selbst die, von denen wir es nicht glauben können. Ich denke, irgendwas stimmt nicht mit mir.